Ella schlägt sich ohne Eltern mit miesen Jobs durch. Doch ihr neuer Vormund bringt sie in eine Welt voller Luxus. Wenn da nun nicht ihre neuen Brüder wären, die sie hassen wie die Pest. Aber Ella weiß sich zu helfen. Kannst du ihnen widerstehen? Paper Princess. Die Bestsellerreihe aus den USA.